Rostock baut und saniert. Schulen, Turnhallen und Kitas. Für seine Bürgerinnen und Bürger. Ein neues Volkstheater nimmt endlich Gestalt an. Für die Menschen in Stadt. Ort und Land. Für unsere Gäste aus nah und fern. Aus meiner Sicht ist es für eine Stadt wie Rostock, die tatsächlich auch so ein Magnet ist, absolut wichtig, dass ein vernünftiges Theater da ist. Ich weiß, es gab ja mal auch schon die Abstimmung bezogen auf ein Gesamtpaket für Rostock. Und ich kann der Stadt nur wünschen, dass das tatsächlich auch umgesetzt wird. Also neben dem Theater natürlich auch das Archäologische Landesmuseum. Weil das einfach für Mecklenburg-Vorpommern wichtig ist, dass so eine große Stadt wie Rostock auch so ein tolles kulturelles Angebot hat. Aus meiner Sicht ist es für eine Stadt wie Rostock. Aus meiner Sicht ist es für eine Stadt wie Rostock. Aber der Stadt erinnert. Für unsere Gäste aus dem험erisch verbreiten. Vielen Dank.